ja hallo mein lieber selderfreund und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren episode ja wir sind hier gerade ein bisschen am erkunden und zwar davon ist diese komische zwiebel viel im wasser und zwar klappern wir gerade alle möglichen türme ab denn da vorne habe ich jetzt im visier genommen ich glaube das ist der richtige von dem gebiet hier ja müsste stimmen weil wir nach einem bestimmten see suchen wir suchen den komolussee eventuell ist das hier schon dieser komolussee also ich glaube schon die wahrscheinlichkeit ist sehr hoch mal wieso trifft er denn nicht ist der doof toll der ding taucht vorher unter ich mach dir jetzt plötzlich auf den sack so und zwar hat das was mit diesen ganzen neuen dlc items zu tun ich glaube in diesem fall ist es irgendeine maske die wir dadurch eventuell bekommen können ja dementsprechend falls das der see ist müssen wir den see beziehungsweise die ruinen um den see herum weiter beobachten beziehungsweise erkunden wenn das der see nicht ist ja haben wir pech gehabt aber erst einmal müssen wir bestätigen können dass es überhaupt dieser gen dieser spezielle see ist den ich suche und das finden wir leider nur dann raus wenn wir dieses gebiet hier erkundet haben was nach vorne so komisch rot dementsprechend das könnte auch der see sein da vorne ne ist im gleichen gebiet drin ach die fledermäuse schon wieder ja auf jeden fall ne wir kloppen wir kloppen jetzt hier nicht die ganzen gegner platte ich guck mir jetzt auch nicht die umgebung an das ist ja das ist nicht das was ich machen möchte da machen wir irgendwann wenn wir hier im detail rum rennen aber man jetzt ist ja war nee ich bin eigentlich nur hier habe ich ja ganz schon gesagt warum ich sage jetzt nicht noch mal da vorne ist die truhe die nehmen dann schon mit wir hier sind und schreien ist sogar in der nähe ok wenn wir den schreien wenn wir den schreien sehen dann nehme ich den augen mit aber sonst nicht einmal bitte hier acht zeit anhalten nee jetzt müssen wir warten bis die zeit abläuft raus mit dir scheißegal kriegen wir trotzdem auf was haben wir da 50 urbine sehr schön das schreien sogar ganz in der nähe guck mal wieder ding ausschlägt öffne die truhe schnell soldaten zwei händer sehr gut kein platz natürlich was mache ich hier ich habe irgendwas sortiert oder so rüstungstasche sortiert nach was denn ach so jetzt habe ich nach helm sortiert jetzt habe ich nach jetzt habe ich nach set sortiert jetzt kann ich nach kleidungsstuhen also helme dann bauch rüstung dann bein rüstung oder ich kann nach set sortieren also das hier ist jetzt eine set das ist das kletter set ist ja interessant aus versehen gedrückt und rausgefunden sowas gleich weg werfen wir werfen weg den kack den kack den kack wir werfen gar nichts weg der soldaten zweihänder schwert ist leider das schlechteste ding wird wir hier haben gerade ja dann bleibt das eben da wobei ich könnte die lanze wegwerfen ich werfe die lanze weg die sora lanze ich glaube da ist der soldatenschwert besser ähm ja 20 schaden gut ist ja ist ein zweihänder ist eigentlich doof weil ich jetzt keine schnelle waffe ab doch hier ich habe den duo bummerang der ist schnell zieht aber auch eine menge ab ja ist egal so ähm stirb wir entfernen uns schon wieder von dem ach da vorne ist der schrein okay die nehmen wir gleich direkt mit wenn wir schon mal hier sind aber erst mal den turm da vorne ach ich glaube da war eine ausdauerschrecke ich bin doof ach verdammt da vorne dieses rote dieses hallo ich finde ihn richtigen knopf wo ist denn der knopf zum zoomen bin ich doof sonst drücke ich dir noch immer aus versehen keine ahnung ach da da guck mal da ist so ist das glut oder das rote das sieht schon komisch aus aber wenn glut warum soll das glut sein da vorne ist auch ein da vorne ist auch ein guck mal da da vorne ist auch ein äh schrein ich kann vielleicht nehmen wir die beiden sogar mit so ein kleiner exkurs hier durch das gebiet ich habe zwar eigentlich gesagt hat uns hier nichts im detail an gucken möchten aber ja wenn da so ein die sind neu und davon ist auch noch ein wächter glaube ich aufgestanden wir müssen weg müssen weg wir müssen weg verdammt wir müssen in den wäldern bleiben ich brauche das als sichtstutz schutz jetzt kann uns das viel abballern okay das wird ein problem werden wir haben hier alle möglichen gegner am arsch angefangen okay der hat uns aus dem auge verloren okay es hat uns wieder ja sei doch nicht fotoscheu mein kollege dann wird ein problem nein 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 was ist hier lauf nein okay die sagen nix mehr mann jetzt ist ja aber haut ab ihr komischen viecher okay ich mache das vieh jetzt platt sowas von dann machen wir hier ein foto von diesem neuen unbekannten gegenstand hier das ist wahrscheinlich nur ein arm von den knochenviechern ist ja nur ein arm so ein moppelnknochen her damit ja gut dann machen wir das komische vieh kaputt kann nicht so schwer sein also diesen diesen laufenden wächter so was hat er denn an schaden 15 ist ja gar nichts können wir liegen lassen okay das schöne ist hier sind direkt die ganzen bäume im weg die geben uns dann nochmal extra schutz ah verdammt der läuft natürlich das vieh ist nicht doof der läuft jetzt auf die ebene hm wer nehme ich denn für eine waffe ich glaube wir fangen an mit wir machen es mit den soldaten zwei händer wir müssen ja nicht schnell sein unbedingt hauptsache hat wums ok es kommt wir können jetzt auch unser neues stasis modul ausprobieren damit können wir ja gegner ok das hält nicht lange an ja baum fällt sage ich da mal das hat viel doof ah lauf baum welt ja wir müssen hinter den großen baum den kann der nicht kaputt kloppen hoffe ich ja ich muss mal was essen wir haben nicht mehr volle leben ich weiß nicht ob ich einen schlag überlebe wenn ich volle leben habe von denen aber ja wir müssen es ausprobieren habe ich keine gebratenen apfel mehr wir haben keinen mehr glaube ich ich bin falschen tab hier gebratene äpfel ähm gibt es etwa drei leben gibt ne natürlich nicht dann essen wir unsere drei äpfel auf und freuen uns dass wir noch immer nicht volle leben haben ja aber fast das halbe herz da der viertel herz oh oh nicht abschießen das vieh ist aggressiv ah der im baum kann er glaube ich auch nicht fällen der ist auch zu dick sehr gut genau hier müssen wir kämpfen der ist sogar noch besser der baum ne zu dick ist auch schlecht hahaha ja mit viel kriegen wir platt ist da ein spezieller wächter ist der noch stärker wie die anderen hey lauf nicht weg komm hierher du feigling das sind die besten ne ne ist einfach nur ein wächter ein läufer ähm ja wir machen wir machen wir schon platt hallo hier da jetzt hat er uns wieder gesehen waaah das problem ist ja nicht verrecke müssen wir ich weiß nicht von wo wieder alles von neu machen komm doch hier hin ich glaube der baumstamm ist im weg der ist ein bisschen der ist ein bisschen der ist kaputt das schöne ist wir haben diesmal noch niemals kein gewitter haaa boah beim letzten mal hatten wir ja das problem dass da noch ein gewitter dabei war also wir können die gegner damit anhalten allerdings ist das ja wirklich nur weiß ich nicht wie viele sekunden so das problem ist wenn wir dann gleich diese finale attacke machen wo der sich dann nicht mehr bewegen kann dann sollte das im idealfall eine position sein von wo aus wir den relativ einfach besiegen können hier ist eigentlich schon ziemlich gut die position genau hier ist eigentlich gut finde ich dementsprechend nehmen wir jetzt hier die fette Wumme mal drauf kann er uns jetzt überhaupt treffen haha ja wir haben gewonnen wir sind in einer position wo er nichts machen kann finde ich gut ich habe mein Gefühl von hier unten zieht man sogar extrem viel ab weil hier diese diese komische runde stelle ist ich glaube da ist er besonders empfindlich ja oh cool nochmal ein Reaktorkern ja wir werden langsam besser wir wissen wie wir mit den Gegnern umzugehen haben finde ich gut ah hier ist nochmal ein antikes Zahnrad vielen dank so dann wird es da aus dem Boden gekommen ach riesenschleime ja ok komm kaputt 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 so ja und da ist auch schon direkt der Turm können wir jetzt die Klamotten ne warte ich wechsle die Klamotten nur nicht wahrscheinlich kommt jetzt gleich noch irgendein starker Gegner kennen wir ja komm siehst dich um kommen die Gegner irgendwo raus ich glaube da ist eine Ausdauerschrecke wir schleichen mal ach Glutlibelle ja ok ich muss mal mehr auf das Gras achten denn da verstecken sich die Ausdauerschrecken ja immer ok da vorne ist ein Wächter der da der ist auch blau am leuchten wenn der uns sieht ist die Kacke wieder am dampfen ähm hier sind wohl mehrere Wächter unterwegs das ist hier war irgendwann mal ne ich weiß nicht was für ein gigantisches Schlachtfeld boah ja das siehst ja jetzt noch hier die ganzen kaputten Wächter die hier noch rumliegen Feuerstein vielen Dank ja ok da vorne ist noch einer wir können da nicht hochklettern das Problem ist ähm die sehen uns ja dann da können die uns ja runter ballern wir müssen die kaputt kloppen sonst kommen wir da nicht vorher hoch oh verdammt ey auf was habe ich mich hier eingelassen wenn wir jetzt auch sterben ne warte ich kann ja jetzt speichern ich muss jetzt speichern wenn ich jetzt nicht speichern und wir verkacken dann ähm wir speichern mal so dass mich das Vieh nicht sieht wenn wir verkacken würden müsste ich glaube ich alles von neu machen wenn ich speichern aber nicht so machen wir erstmal den platt der kann sich nicht bewegen dann dürfte das eigentlich kein Problem sein solange der andere uns nicht auch abschießen kann ja ja ist ja gut so machen wir das machen wir das machen wir das ach guck mal wie viel wir abziehen ganze Waffen gehen kaputt toll toll ich lade hier die Waffe auf und nix ich glaub ne wir machen damit den Pfeil und Bogen der Bogen zieht extrem viel ab ich habe auch noch ganz viele Pfeile da schon kaputt das ging schnell ne also im Gegensatz zu den Läufern haben die ok die haben auch keinen Reaktorkern dafür nur die Läufer haben wohl die Reaktorkern da vorne ist schon wieder so ein Vieh da hinten ist ah guck mal da 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 haben wir schon dieses komische diesen einen Wächter da kann man von dir nicht fotografieren aber das ist dieser Flugwächter da hätten wir eigentlich schon zwei gesehen den Flugwächter und die sind Wasserwächter die sind Elefanten was gibt es denn da noch? vier Stück muss es geben ne ich würde mal sagen im Vulkan ist höchstwahrscheinlich einer drin würde Sinn machen und wo auch immer noch so an dem machen wir jetzt unsere Mobkeule kaputt die ist sowieso fast drauf boah es brennt es brennt es brennt es brennt es brennt so noch einmal mit dem Bogen und Ende ja wir sind voller Wächterschnitzler mittlerweile hier die haben alle keine Schnitte gegen uns kaputt kaputt vielen Dank so alles aufgehoben ja vielen Dank dann können wir jetzt da hochklettern hui aber vorher die Klamotten wechseln Turm der Ebene ja ähm da hoch ist am besten das scheint wirklich die Hyrule Ebene zu sein da stand ja auch gerade Turm der Ebene ähm und bei der Ebene sollen sich ja ganz viele von diesen Ramadam was weiß ich Ronolus keine Ahnung wie der heißt von denen die geklauten Klamotten befinden weil da ganz viele Baracken sein sollen wenn wir gleich sehen oben auf dem Turm wenn wir da sind und anscheinend ich weiß nicht ob das Schloss schon in dem Gebiet hier drin ist ja das oh ok das Schloss ist hier im Gebiet drin von Hyrule wir sind hier wirklich im Prinzip ist das das Endgebiet könnte man schon fast sagen also ich geh zumindest davon aus dass wir gegen Ganon im Schloss kämpfen werden da ist er ja auch drin macht Sinn ne klar deswegen sind ja auch noch so einige Wächter am rumlaufen also ungefährlich ist das hier nicht in dem Gebiet das stimmt schon aber ich bin was die Türme angeht jetzt ein bisschen schon enttäuscht weil ähm als wir den ersten Turm entdeckt haben dachte ich schon gut ja zweiter Turm auch noch der dritte Turm war dann ein bisschen was anderes das war ja der in Hateno da musste man ja an diesen Dornrangen ausweichen als hab ich mir gedacht ah ok damit den Turm erkunden wird schon noch interessant weil man da nicht einfach nur einfach hochklettern kann da muss man schon aufpassen aber hier am Turm ist er jetzt wieder nur einfach hochklettern deswegen ich hab da eigentlich gehofft dass da bei jedem Turm jetzt irgendwie was besonderes ist worauf man achten muss ja gut ja gut klar man kann jetzt sagen hier in dem Fall mussten wir vorher die Wächter ausschalten weil wir hier wahrscheinlich sonst nicht hochgekommen wären aber ja weiß ich nicht da fand ich das mit den Dornen doch schon interessanter bei den einen Turm in Hateno so Shigerstein erkannt Turm aktiviert so da vorne ist schon direkt der nächste Turm der sieht halt so nah beieinander aus ne aber bist du dann trotzdem wieder ein paar Minuten unterwegs ist hier der Porta aktiv natürlich so dann äh Datenübermittlung ja dann zeig mir mal bitte jetzt gleich schnell an wo hier der Romulussee ist oder wie der heißt ja muss hier sein ich hab das im Urin im Urin ich riech das ist auch ein großes Gebiet sind alle große Gebiete ah ok da vorne sehen wir schon das Schloss auf der Karte jetzt ist ja interessant sollen wir da mal hingehen einfach mal Hallo sagen Hallo Ganon wir verkloppen dich jetzt einfach so wo ist es? da hi hi ja äh das ist schon ja ich will gar nicht wissen was da in dem Vorgebiet was da halt für Gegner rumrennen da wo das alles so verbrannt ist oder was das da ist oder verdorrt wie auch immer ich will die gar nicht wissen was da rumrennt ein Gegner so auf der Map geguckt da Komolosee ha hab ich doch richtig gehabt da müssen wir hin da irgendwo hier ist die Garnision da haben wir auch sogar einen Krok gefunden also da irgendwo hier wird einer der Schätze von diesen Ramadan Typen sein ok das Aquaman See Aquaman nicht dass die da Ärger kriegen von den ganzen ähm äh äh DC Typen weil Aquaman ist ja eigentlich ein Held von denen aber ist ja egal ähm Navi See das ist das andere Gebiet Morgosee bodenloser Sumpf ok das hört sich schon wieder interessant an Farmruinen Möwenebene Singvogelwiesen Gustavberg Ebelwald Romani Ebene alter Steinbruch der Hylia Fluss ja Hyrule Burggraben und hier ist Schloss Hyrule ganz schön symmetrisch das Schloss muss ich mal sagen ja ok alles klar ähm Kumolo See haben wir wir markieren den mal nicht dass wir hier falsch fliegen äh Stempel löschen ich will das markieren wie mach ich das? Fahrt des Helden Schika Sensor keine Ahnung guck ich in die richtige Richtung? nein ich muss nach Süden da da vorne ist das Ding noch ist ja der einzigste See so und dann mal ab die Luzi beziehungsweise da guck ich mich auch nochmal eben schnell um hier in der Ruine vielleicht ist da ja was wenn wir schon mal da sind ne ah ein laufender Wächter verdammt lande ok das ist natürlich wieder lustig ja ich ich beschwör's ja hinauf ne Hyrule Garnisionsruine hier finden wir bestimmt einen Teil dieses Rüstungssets oder irgendetwas anderes so schnell zu dem Baum der wird uns wieder das Leben retten ok das hätten wir geschafft sehr gut ähm ja wir haben ok wir haben unser Wächterschwert plus 3 dabei plus 2 leider nur ähm da muss dann reichen wenn wir den kaputt kloppen wollen wieder reichen glaube ich Ritterbogen zerbricht gleich ok das ist nicht gut hallo ah ah wir brennen ah wir brennen doch immer verdammt der Boden brennt ich muss mal essen egal der Boden brennt wir müssen mal essen so wir brauchen 4 Herzen da perfekt geh weg Feuer das ist schlecht ah Feuer geh weg ok Kälteschutz das ist natürlich jetzt wichtig dass wir das haben so sehr gut ich darf nicht zu den hinlaufen doch die Mauern da die ist vielleicht sogar noch besser weil die Beine so ein bisschen durchragen hallo welch da der ist doof ne was macht der denn da der ballert einfach so auf auf Verdacht einfach mal schießen hallo ich glaube der ist ein bisschen schießfreudiger wie die anderen weil sie da vorne ein Moplin auf dem Pferd habe ich auch noch nicht gesehen haut er da einfach rein ja gewusst wie wenn er so fette Beine hat kann ich ja nichts dafür kaputt der erste Beine ja gut der ist schon mal mobiltechnisch eingeschränkt so jetzt noch mehr eingeschränkt jetzt machen wir das Ganze nochmal so ja mach da nicht mehr lange der ist schon so gut wie drauf nein 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 ja genau lauf hier eine Mauer entlang ist nicht gut kann ich dann Beine mich abfallen wir machen uns ganz klein ah ok das ist der Trick eigentlich genauso wie bei denen ah nein unser Bogen der gute der Ritterbogen ok wir haben einen Sorabogen muss ich mal den nehmen der sieht cool aus aber um aussehen geht es ja hier nicht sehr gut der kann nicht mehr laufen der ist weg wenn wir den jetzt noch so platzieren können wie die vom letzten Mal dass wir unter denen sind der der uns nicht abballern kann dann wäre natürlich genial ich glaube wir sind zu tief ich glaube der kann uns wieder nicht angreifen sehr gut aufladen und weg damit ich bin hier bin ich guck mich an wenn ich mit den Rädern ich bin ins Auge schießen hallo der guckt doch extra weg von uns der weiß der hat einen Braten gerochen der weiß was ich machen will Tja, so ein Affe, ne? So, einmal noch. Dann dürfte der kaputt sein. Ah, okay, nochmal. Ich dachte zweimal noch. Obwohl ich da jetzt den Bumerang noch weiter strapazier, ist er schon fast kaputt. Da, weg. Ich glaube, da war jetzt schon der vierte Wächter in dieser Episode. Also laufender Wächter ist der zweite. Oh, der hatte auch keinen Reaktorkern dabei. Die haben wohl nicht immer einen Reaktorkern. Aber meistens. Manchmal, keine Ahnung. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was liegt da noch? Blitzendes Holzpfeil. Ich will nicht das Pferd angreifen. Ah, oh, der Affe. So, weg. Arme Vieh. Also ich meine, das Pferd jetzt mit armen Vieh, ne? Dass er so ein stinkendes Etwas tragen musste. So, dann können wir uns jetzt die Ruinen ein bisschen angucken. Und hoffentlich was finden. Haha, eine Truhe. Schon mal gut. Was haben wir da? Waldschwert. Ein von den Crocs hergestelltes Schwert. Das aus Holz ist, dient es in erster Linie zur Verteidigung. Außerdem lassen sich damit Ranken oder Wurzeln aus dem Weg räumen. Äh, ja, machen wir direkt ein Foto. Sieht doch schön aus, finde ich. So schön verziert, ne? Also, muss ich sagen. Bringt uns zu einem Kampf wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber, ja. Weil es wahrscheinlich überhaupt keine Haltbarkeit hat. Vor allem gegen Feuerklamotten. Direkt weg. So, bitte. Ja, danke. Nehmen wir trotzdem mit. Können wir ja benutzen. Ist schon putzig. Mit einem Holzschwert. Haha. So. 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 Da ist gar nichts weiteres. Bestimmt müssen wir da hochklettern. Machen wir auch gleich. Boah, wie viele Truhen. Schon wieder zwei Stück gesehen. Ho, ho, ho. Was haben wir denn hier, Schönet? Lesam, öffne dich. Soldatenschild. Ja. Haben wir schon. Ich glaube jetzt sogar drei Stück. Noch eine Truhe. Ich sag' ein Opal oder so. Wow, silberne Rubinen. 100 Rubine. Ja, sehr, sehr schön. Nehmen wir gerne mit. Davon ist ein abgefackelter Karawanenwagen. Aha. Noch eine Truhe. Eine Sanderlanze. Eine Lanze mit spezieller Sanderklinge. Die besten Lanzenkrieger der Sheikah können damit ihre Gegner zu sich heranziehen und gleichzeitig kampfunfähig machen. Die kennen wir schon, die Lanze. Weil in den Text kann ich mich erinnern. Wir machen direkt mal ein Foto. Haben wir nämlich noch nicht. So, sehr schön. Sogar ein recht schönes Foto geworden, muss ich sagen. Sanderlanze. Toll. Ich hab da ein anderes fotografiert. Hier sieht man ja nur den Schaft. Egal. Nehmen wir mit. Ausgerüstet. Fertig. So, dann klettern wir da mal hoch. Mit den entsprechenden Klamotten. Sollte das kein Problem sein. Ja, das ist schon, das ist schon hoch. Aber, ich glaub, das schaffen wir. Wenn wir da überhaupt klettern können an dem Gemäuer. Ja, okay. Ja, das kriegen wir hin, denk ich. Kann man da rein? Das ist ein komischer Turm. Warum ist da so ein, so ein Schlitz zum Durchschießen? Aber man kann gar nicht im Turm rein. Was haben sich die Konstrukteure dabei gedacht? Ich glaub, die haben, die haben sich bei dem Ausmaßen irgendwie vertan. Oh, wir haben den Turm zu dünn gebaut. Wir können da gar nicht rein. Verdammt. Ja, schöne Aussicht. Leider keine Kiste oder irgendwas hier oben gewesen. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Ah, Sonnenuntergang. Ist das hübsch. Ja, meine lieben Freunde. Das war's dann auch schon wieder für diese Episode. Wir sind hier in dieser komischen Ebene von High World unterwegs, wie man unschwer erkennen kann. Und haben sich hier schon vier Wächter ausgeschaltet. Zwei Stationäre und zwei Mobile. Ja, wir werden langsam besser. Ich mein, die Viecher fressen ordentlich unsere Waffen auf, weil die dadurch ganz schön schnell kaputt gehen. Aber wir finden natürlich dadurch auch ziemlich viel und guten Loot. Wenn wir da irgendwann dann nach Akala zu diesem anderen Institut kommen, können wir vielleicht unseren Sensor noch ein bisschen besser verstärken oder verbessern, wie auch immer. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir in der nächsten Episode weitere Hinweise zu diesen Schätzen finden, die dieser Ramadan-Typen oder wie der heißt geklaut hat. Ich glaube, wir sind hier ganz... Hier in der Nähe ist schon ziemlich richtig, ja? Also der Kolosssee ist ja auch hier in der Nähe. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir in der nächsten Episode irgendetwas finden werden. Nun gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020